Blau ich wird kommen zu der er Blau er hätte ich konnte eine weitere Aufnahme ich spiele zusammen mit Marco und hinten irgendeine Scheiße in der Grundmusik Marco Polo okay Marco Polo mehr zusammen im Turnier ich gehe rechts mal schauen kannst du drehen ich mehr auf das Spiel als auf die Aufnahme bitte ja wenn ich mach tut mir leid ich hole den boost ähm nimmst du? ja nice shot könnte drin sein nein schade ich fahrzeug ich fahrzeug also mitte ich presse nein machst du nicht oh nimmst du? ich habe alles unter Kontrolle chill nice shot nein oh ich war noch irgendwie dran oh shit sorry ich dachte wär klar nimm 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 ich fahre nach hinten schön bleib im Tor ich fahr auf boost, toll boost abgang boost ich fahr nach vorne ich fahr hinten boost ich fahr zurück, kannst drauf gehen ah shit easy deiner deiner ah, cam boost ich versuche mit den zu holen hier block ihn ich war zurück war richtig dumm von mir sorry jawohl, ich bleibe hin weil gefährlich jawohl ich mache ihn kurz rein ist ok, na wir gehen wir schreiben nichts in den Chat sportlich drin sportlich ist gesund ich hatte kein Problem geschrieben was für eine Parade du fährst für eine Parade ja ne, sowas nicht ja, ich gehe rechts hab ich rechts oh shit fahr zurück schnell jawohl hab ich zu dir du irgendwie von der Wand nehmen ich komm mit geistig behindert vor tut mir leid ich fahr zurück ich nein nein es tut mir leid fuck ich hatte 24 boosts sonst wär ich hochgeflogen direkt ja ach, war das schlecht das sieht so peinlich aus rechts bitte recht ich probier's so gut wie ich kann ja gut da kommt er rechts ich um mich hin Mitte boost deiner oh mein gott bin ich schlecht alles gut war ich verdrückt äh, ja gut du kriegst ihn hinten ja ich block ihn nein scheiße ich spiel Wand ja, ich, ich geh drauf gut äh let's play mach ihn rein ja, 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 ja nice brrrr brrrr jetzt ein bisschen defensiv defil, ich geh von die Sonne ich bin hier ich bin hier Fußball jetzt äh ja, äh, Fußball ich, 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 ich du defil, ich mach alleine vorne pfff 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 ich geh drauf, ich geh drauf jetzt fahr ich zurück weg nein 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 gefährlich wuh ich hätte sagen sollen dass ich das nicht kriege hinterher okay ich bleib ein bisschen mittig ja äh, man schuldig meint ich, dass ich ja, ich mach das alleine kurz mach einfach ein Tor oh schwierig jetzt kannst du ja, digga, du sagst immer zu spät ich zögere dann immer zu lang guck mir leid pfff wuh zerstörung ich schreib sorry weil du ihn zerstört hast ne ok dann nicht oh ne zurück hast du hast du mit mir hinten oh war der schlecht von mir oh what a safe scheiße ich hab kaputt aah 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 kaputt kaputt, oh das wird gefährlich nein unnötig hätt ich besser da nehmen und da hätt ich nochmal ah nimmst du? ich geh längs ja oh fuck shit äh mach ruhig wow na das war super tut mir leid tut mir leid tut mir leid du what der ist immer noch nicht drin ich schirr mich ins Shore ich geh drauf nice gorg ich geh nach vorne ja ich bin links links mitte oh wow 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 nice hab ich gut deine schöner hab ich ja oh ah 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 gefährlich ich mach ihn kaputt ich schieb ihn weg kannst du auf ich hasse es auch das war scheiße das war scheiße ok gut nein nö was hast du getan warte mal best of 3 oder ein ergebnis ich glaub jetzt auf der ein spiel ein spiel nur ich glaub besser auf die neben gruppenphase also nur ein spiel weiß ich nicht du ich gehe rechts ja das war's für uns drei sekunden fünf sekunden geht nicht scheiß dreckficker jetzt habe ich jetzt habe ich handschuhe an geht es erst jetzt schon an ich gehe rechts oh shit ah das ist ein tor nein oh mein gott ich habe einfach aufgehört zu fahren weil ich dachte es wird safe ein tor okay ich mach ernst ja weil wichtig ja klar digga wenn du mir hier zehn tore schießt dann mach so ernst wie du willst lass mich an keinen ball ran gehst du mit nein von hinten man kannst dich auch umgucken mit der kamera nicht das äh hä ernsthaft du kannst dich umgucken ja ich kann mich nie umgucken gibt's ne taste für ich weiß jetzt kann ich welche hä ich kann auf ballkamera und die andere kamera switchen ja aber ich kann so ein rechten stick auf dem controller kann ich ich nicht oh mein gott was tue ich denn du dort ja ich bin hinten ich habe zu glauben nachdem ich zerstört wurde komm 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 ich bin gleich ich bin also oder was bin ich nein wir haben keinen Bock mehr eigentlich ernsthaft ja jetzt schon keinen Bock mehr weil ich so schlecht bin danke du 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 okay rechts oder so keine ahnung entscheid ach nö kann man gut mehr digga torat du ne ja gut du nochmal what oh was ah shit digga und erdammt mich weg hit ach ach na ich gehe Angst ach wir graben ich will nicht die gruppenphase verlieren digga das ist alles encaps chords und platinum oder vielleicht sind das sogar die besten keine ahnung mann ärgerlich du konzentration ist da kann es ihn einfach spielen sollte reingehen jetzt du kommst du spieler war ihn wieder vorne ja kristin mitte steht doch nicht so viel zu hoch es gab mal jemanden der ich mag und er hat mir gesagt ja scheiße wie gesagt man sollte um nicht so hoch immer gegen den ball springen immer der link der link steht wie sich hier nicht mehr bei rapid falkens auch wenn wir so heißen du wirst nicht mehr mitglied du kleiner co du sprich auf halt noch alles kommt egal einfach deine fresse ja ja ich gehe auch hin es kann nicht sein dass wir warum ich habe ich habe kommt okay ich gehe nach hinten weil ich weiß ich bin hinten super absicherung weil wenn ich im tor stehe kommt jeder ball ins tor mittel zurück die haben schon drei tore wir können das spiel eigentlich schon ein haken hängen so gut wie es kann doch nicht wahr sein es kann doch nicht schwein schwarzen schwein die ja warum klatsch ich den oben gegen die decke warum sind die immer im ball ich verstehe ich nicht wir müssen das gewinnt wird wird noch ja oder wie gewinnen die nächsten zwei spiele nein wenn die hier doch jetzt gewonnen haben dann haben die doch zwei drei gruppenphase alle gegen alle in der sogenannten ding vielleicht drei tore es geht nicht fliegst du denn hin ich weiß es nicht absolute abschauen wieder beide hingegangen da mach ihn rein bitte bitte geht digga es kann doch nicht wahr sein also eigentlich wollte ich in save aber du hast mich weggebombt kann auch spiel verlassen nein das macht so einen schlechten eindruck ja gut 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 ja